Wie gesagt, die WM-Quali steht an, sie hat erhoben, definitiv auch, sich zu qualifizieren, sie kann international auf jeden Fall mithalten. Wollen wir es hier um die 13 Punkte, würde ich sagen. Dann gucken wir mal. Wir drehen ja auf jeden Fall wieder vorwärts als Rückkehr. Wir sind dann auch hier, Baden-Württemberg-Stadt-Doppel-Hock, sehr schön hoch getrennt. Dann haben wir eine Drehung, weißt du, in diesem Schirm. Gerade, Dreifachdrehung, Doppeldrehung. Jetzt ist halt vorwärtsbar, hier benutzt ihr eigentlich auch nochmal eine Doppelschraube. Hier auch wieder die schönen Spreizwinkel. Jetzt hier tut sie jetzt ihre Rückwärtsakrobatik, weil sie eben Rückwärts-Teile braucht, einfach nur die Spreiz. Und hat sie das erfüllt und kann weiterhin vorwärts akkroturnen. Turnt jetzt hier nur einen Überstandstreck. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Übung. Wie gesagt, abgespeckte Akrobatik haben wir auch schon bei NR gesehen. ...